Oh shit, das ist wirklich das denn jetzt hier auch. Jetzt. Ich mach mich jetzt erstmal fertig und dann werden wir heute losgehen und essen gehen. Wahrscheinlich vorher noch ins Café und ein bisschen so umher. Wahrscheinlich auch auf dem Flohmarkt, weil der einfach genau da in der Nähe ist. Also wie gesagt, mach ich mich jetzt fertig, dann essen wir noch was und dann fahren wir auch schon los. Ja. 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 Was ist das denn für eine Wunsch? Statements würde ich sagen. Also wenn du die ein bisschen zu klein gehst, dann lieber noch das hier dazu. Dann doch lieber die hier. Ich habe ein paar Sachen bei dir schon wieder getrunken. Müssen wir mal gucken. Ich habe hier so ein bisschen was gerichtet. Oder soll ich rüberkommen? Nicht schlecht. Einfach mal. Das ist auch entspannt. Oh ja, voll fingartig. Ja, aber das ist bestimmt nicht. Hier geht nichts rein. Das war's. Okay, das ist doch ein bisschen wie gut. Und dann habe ich mich Guern-Karten das gemacht. Oh ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zum Abendessen wollte ich dann mal was ganz anderes ausprobieren und habe mir da so ein Brötchen geholt und das geschnitten. Dann Tomaten reingemacht, Soße drauf getan und hätte ich Käse gehabt, hätte ich wahrscheinlich Käse auch noch drauf gemacht. Bis zum nächsten Mal. Soße drauf. 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 Musik Musik